Das Reinigen der Mikrowelle gehört wie vieles andere auch im Haushalt eher zu den unbeliebten Aufgaben. Aber keine Sorge, ich habe hier einen super Trick, wie sich die Mikrowelle beinahe von selbst reinigt. Alles was ihr dazu benötigt, ist eine Schale mit 100 ml Wasser und zwei Zitronenhälften. Die Zitronenhälften presst ihr nun aus und gebt sie in die Schale, dann legt ihr die Zitronenhälften auch in die Schale mit hinein. Nun braucht ihr die Schale nur noch in die Mikrowelle zu stellen und bei voller Leistung drei Minuten in der Mikrowelle laufen lassen. Ja und nun braucht ihr die Mikrowelle nur noch mit einem feuchten Tuch auszuwischen, denn durch den Dampf der Zitronensäure hat sich hier der Dreck richtig schön gelöst und ihr könnt das alles ganz leicht auswaschen. Ja und wie ihr seht, bekommt ihr eure Mikrowelle ohne großen Aufwand wieder sauber. Wenn euch dieser kleine Trick gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wer es noch nicht tut, kann mich abonnieren, dann sehen wir uns auch in meinem nächsten Video wieder. Ich sage, bis dann, euer Mac, Peverek.